stück scheiße die bär werfen bis hierhin man ein witz alles anormal man ja speicherpunkt genau junge übertreib mal alter die mir doch noch weiter auf den nerven scheiß vogel alter ehrlich jetzt weiß ich auch wofür es jäger gibt ohne witz vogel alter ehrlich kack dir nicht in der buchse ehrlich mach ihn wenn der jetzt gewesen wäre das wäre so eine verarsche ich kriege heute noch einen kollaps ehrlich wenn ich die ganzen bäume da noch vor mir habe dann dreh ich am rad herrlich dreh ich am rad jetzt muss ich wieder da rumjumpen wie so verrückter mongo gesagt ja jetzt ist wieder diese binarte karotte dann geht mir so auf den kack ganz ehrlich leute ich muss konzentrieren ich deswegen rede ich manchmal nicht weil das regt mich ja alles auf das regt mich alles auf das ist mir alles zu viel ich glaube ich hätte das projekt nicht starten dürfen jetzt haben wir nicht das bewegt sich ja noch stacheln raus man was gibt es denn noch aus bei ihm ganz ehrlich wo sind wir hier ja komm werft ein vieh genau einer kommen man ohne witz